Wer Zusammenhänge erlebt, versteht sie. Das gilt besonders auch für die Naturwissenschaften und das Fach Chemie. Wenn Schüler praktisch arbeiten können, begreifen sie buchstäblich und haben auch noch Spaß dabei. Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg können für mehr Praxis im Unterricht auf die Unterstützung durch den Dialog Schule Chemie bauen. Die Chemieverbände im Land helfen, unkompliziert und umfassend. Dazu gehört auch zu zeigen, dass der Spaß am Experimentieren schon lange vor dem Fach Chemie anfangen kann. Die Kinder haben im Prinzip eine angeborene Neugier. Sie wollen ihre Umwelt untersuchen, staunen, erleben und das können sie bei uns, die Grundschulklassen, besonders gut mit alltäglichen Dingen. Und wir hoffen damit, dass sie einen Impuls erhalten, ihre Neugier weiterhin beim Experimentieren zu befriedigen. Die naturwissenschaftlichen Erlebnisse sind auch wichtig für die soziale Entwicklung. Das Experiment hat immer mit den Händen zu tun. Man nennt das auch als Hands-on-Experiment. Und damit wird die Sache im wahrsten Sinne des Wortes begriffen. Der Dialog Schule Chemie ist ein Netzwerk. Er verbindet. Auch dafür werden Pädagogen ausgezeichnet, die ihre gesamte Laufbahn der naturwissenschaftlichen Bildung von Kindern widmen. Informationen, Kontakte, Gespräche und Weiterbildungen gehören zu den Angeboten, die gut nachgefragt werden. Fortbildungen sind für Lehrer natürlich unglaublich wichtig. Sie müssen sich vorstellen, die kommen nach dem Studium und nach dem Referendariat, werden die in den Schuldienst entlassen und könnten da rein theoretisch ab dem Zeitpunkt Einzelkämpfer sein. Und das bedeutet, woher bekommen sie noch Weiterbildung, wo können sie sich weiter informieren, was Neues auf dem Markt, natürlich im Rahmen von Fortbildungen, wo Fachleute, Wissenschaftler ihnen Sachen beibringen, die neu sind, sie sie auf dem Laufenden halten und die sie dann direkt in den Unterricht einbauen können. Unterstützung ist das eine, aber für die chemische Industrie zählt natürlich auch der Nachwuchs. Dafür tut die Branche schon sehr viel. Mehr als 50 verschiedene Ausbildungsberufe können in der Chemie erlernt werden. Die Webseite Elementare Vielfalt bietet einen guten Überblick hierzu. Sie hilft Jugendlichen bei ihrer Berufsorientierung. Der Dialog Schule Chemie steht für eine Branche und fördert in ganz Baden-Württemberg mehr praktisches Experimentieren im Unterricht. Wir freuen uns, wenn sich Jugendliche für Naturwissenschaften interessieren. Sie verstehen damit die Welt besser, können Entwicklung besser einschätzen. Und außerdem ist es ein erster Schritt für eine Karriere in der chemischen Industrie. Für die Schüler ist am Ende entscheidend. Sie verstehen mit Experimenten die Natur und wissenschaftliche Zusammenhänge besser. Das war die Grund auf представitar res Holding auf dieanks��normale eventoths Solomon. Bis zum nächsten Mal. 餅 Whitler. Vielen Dank.